Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Lego-Fans, der Bauwettbewerb im Oktober-November 2024 ist zu Ende. Alle Einreichungen sind eingetroffen und es ist Wahnsinn, was ihr alles abgegeben habt. Wir machen mal eine kleine Tour, einen kleinen Schwenk über all die verschiedenen Raumschiffe, Raumfahrzeuge. Es wird ganz schwierig, hier überhaupt ein, zwei Gewinner rauszusuchen. Es sind ganz tolle Sachen dabei. Bei dem einen oder anderen hat man sogar den Eindruck, dass es im Regal stehen könnte und von Lego-Designern designt wurde. Aber auch ganz einfache, bunte, kreative Raumschiffe sind dabei. Ein kleines Raumschiff sollte gestaltet werden. Klein ist relativ. Es sind teilweise riesige Kreuzer dabei. Wahnsinn, was ihr Kinder euch ausgedacht habt. Raumschiffe mit einer tollen Innenausstattung, mit Toilette, mit Küche, mit Schlafmöglichkeiten. Es ist der Wahnsinn. Das ist mal wirklich klein hier. So soll es sein. Ganz einfach gehalten. Großer Kreuzer. Es sind insgesamt über 40 Raumschiffe eingereicht worden. Und wir schwenken einfach mal über alle Einreichungen. Ihr holt dann eure Raumschiffe ab im Laufe dieser oder nächster Woche. Ihr bekommt von uns ein Polybag geschenkt aus unserer riesigen Polybag-Sammlung. Polybag-Wand dürft ihr euch was raussuchen. Und es gibt noch zwei kleine Minifiguren von Lego Dreams dazu. Kommt einfach vorbei. Und an dieser Stelle demnächst mehr mit den Gewinnern. Danke für eure Einreichungen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.